So, dann geht's jetzt nach Yellow Comet. Und ich glaub, du weißt, wer uns hier erwartet. Kann bei. Ich hab schon in der Mission gesehen. Wir brauchen hier, glaub ich, Sammy, oder? Using Sammy, ja. Dann kommt Sammy endlich mal zum Einsatz. Kann bei's aufm Arsch. So, was dürfen wir denn machen? So, day one. Attacks the North Rock'n'Royle with your North Witch Tank. Attacks the North Artillery with your North Tank. Hm, von North war das Mock. So, jetzt nochmal neu machen. Ja. Ich, ich, ich sollte die Sätze komplett sehen. Ja. Das größte Fehlpotenzial liegt gerade bei mir. Ich mach jetzt einfach ein Safe State und dann schauen wir weiter. Also... Attacks the North Rocket Launcher with your... So weit haben wir das. ...attacks the North Artillery with your North Tank from the North. Hm, so weit haben wir's. Move your remaining mid-tank west of your other mid-tank. Hammer. Hammer. Your remaining tank west of the enemy artillery. Do not attack it. Hammer. Hammer. Your North Atillery west of your North Tank. Yeah, west of the North Tank. This is there, though. Your remaining artillery west of your South Tank. Hammer. And your Rocket Launcher. And your Rocket Launcher, one East. One East, this is there. Load your South Infantry into the APC and move it two East, one North. Two East, one North. This is here. Move your North mag East and your remaining mag North East. North East, this is there. And your remaining infantry west of your Rocket Launcher. Das is here. So. A2. Jetzt kommt erstmal Kanbei. Kanbei! Hier zum Glück noch mit seinen Advance Wars 1 Stats, die genauso sind wie seine Advance Wars Dual Strike Stats. Also 120, 120. Move your APC to South. Move your APC to South for East. Yep. Attack the Southern Tank with your Healthy Tank from the East. The Southern Tank with Healthy Tank from the East. This must there here sein. Rocket Launch. Rocket Launcher. What? Lies einfach vor. Lies einfach vor. Wenn es für dich keinen Sinne gibt, gibt es für mich vielleicht einen. Rocket Launcher, then... Then Meg from the East. Ah. Ach ja, äh, ja. Warum, warum wendet er da die Sätze? Oder die Sätze, 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 die Sätze. Okay. The Damage Rocket Launcher with your Mid-Tank from the South. Attack the tank that is two steps west of your remaining mid tank with your remaining mid tank from the south and artillery with your remaining tank from the east move your mech in infantry east and your damage artillery to south to east und es kommt noch kein moral boost okay gut ja stimmt kann man braucht ja auch ein bisschen länger bis es seine gabe voll hat das war gerade sehr seltsam geschrieben move your apc 1 south 5 east and drop the infantry east attack the damage tank with your east mech from the west attack the damaged artillery with your remaining mech from the south attack the opponent is south and move your infantry east go just off attack the attack attack the attack attack the attack Wenn der Crew wird, nó begann die die Flussneider durchsahmen, wo dann aber? Es stimmt auch gar nicht. Halt etwas, was das ist passiert. Naja, das passt so. Mal πιο abläufig, ihre nur abläufig sind. Von Nord-East. Von Nord-East. Finish Capturing! Jupp, mach mal. Da-da-da-da! Von wegen, da stimmt was nicht. Es ist Absicht, dass nur die Infanterieeinheit überlebt. So, dann kommt als nächstes... Oh, ein kurzes Level. Mighty Kanbay. Erst Kanbay ist Aufmarsch, dann... Use Sammy. Müssen wir auch mit Sammy machen, ja. Kanbay, der Könner. Mighty Kanbay. Es geht nicht... Immer wenn's heißt, using Sammy, geht's immer nur drum, das Hauptquartier zu besetzen. Hehehehe. Attack the South Tank with your Rocket Launcher. Wird gemacht. And the Rocket Launcher with your Rocket Launcher... ...East Tank from the North. Das machen wir doch auch. Create an NPC in the South West Factory and an Infantry in the West Factory. Also noch irgendwas? Move your Infantry west along the road and your remaining tank north of your Infantry. So, mein remaining tank ist hier. Der andere Tank, der musste ja den Rocket Launcher hier fertig machen. Move your Infantry west along the road and your remaining... Ja, ich hab jetzt jetzt nur alles... Vielleicht meinte er da einen Mech. Ich probier's jetzt einfach mal so rum. Ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass man hier die ganzen gegnerischen Kommandanten immer nur dort herausfordert, wo sie in ihrem besten Element sind? Kanbay immer in pre-deployed maps, zum Beispiel. Ähm, ja. Move your East Infantry west... East Infantry ist die hier, die müssen wir nach Westen. Yup. Your East Tank west along the road... East Tank west along the road... Haben wir auch. Load your remaining Infantry into your PC and move it to... Äh, East, one South. Two East, one was? One South. Okay. Two East, one South. Hammer. And create APCs in North West and North East factories. In North West and North East. Okay. Ja, im quasi in deinen beiden Fabriken. Ich hab drei Fabriken in der Mission. Ach so. Sonst noch irgendwas? Nee. Gut. Na, mach dann 3,50€. Wir dürfen Kanbay mit offenen Armen hier empfangen. Aber du siehst schon wieder, wo Kanbay seinen Fehler macht, oder? Ja. Also... 5 South. 5 South und was? 5 South und 2 West. 5 South. 5 South und 2 West. 5 South. 5 South. Look your loaded APC 5 South. Okay. Your West APC 1 East. 1 East. 1 East. 1 West? Was ist da hier? 1 East. Okay. Was? Ja. Du musst ihn quasi zurückkloppen. Nein, du weißt nicht an. Er ist normalerweise dumm genug, dass er auch so... Ja, jetzt bräuchte ich eigentlich wieder jemanden, der mir voll ist. Ich pause hier mal ganz kurz. So, weiter geht's. Du darfst wieder vorlesen. Nächster Tag. Welcher sechste Tag? Was? Wie viel Tag? Ich schaue gerade nach. Wir sind Tag 4. Okay. Äh... Das war's schon. Ich beschäftige ihn jetzt da oben einfach noch weiter. Ja, stimmt. Das hätten die eigentlich auch in den Guide noch schreiben können, dass du einfach noch Sachen bauen kannst. Gut. Das war ja halt... Das war wie geplant. Okay. 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 Kampagne, die funktioniert so. Man tut gerade so das Rednerische Hangwart, was ihr einnehmen. Das ist die McMaster happily inП Wown, die wurde so designt. Bei der nächsten muss ich jetzt direkt mal wieder auf ein Stückchen Dialog hinweisen. weil jetzt kommt die legendäre szene von andy ich glaube du weißt woraus hinausläuft oder ja